Auch wenn jeder mittlerweile weiß, dass Rauchen die Lunge schädigt, die Anzahl der Raucher steigt weiter an. Gerade zum Jahresanfang scheitern viele am Vorsatz, mit der Zigarette Schluss zu machen. Die anderen machen es ja auch alle. Also warum soll jetzt ausgerechnet nicht damit aufhören? Man denkt sich halt, so schlimm wird es schon nicht werden. Ich rauche ja sehr selten. Von daher denke ich nicht, dass das sofort auf die Gesundheit geht. So dachte auch Helma Matern und hat 50 Jahre lang geraucht. Heute ist ihre Lunge alleine nicht mehr funktionsfähig. Sie muss mit einem Sauerstoffgerät atmen. Sie leidet an COPD, so der Name einer schweren, chronisch voranschreitenden Lungenerkrankung, bei der sich die Atemwege verengen. Immer mehr Raucher sind davon betroffen. Angefangen hat bei Frau Matern alles ganz harmlos. Die COPD wurde festgestellt aufgrund einer Bronchitis, die zur chronischen Bronchitis eigentlich ausartete. In Deutschland leiden über 6 Millionen Betroffene an COPD. Trotzdem, viele kennen die tödliche Krankheit gar nicht. Wie Helma Matern denken sie anfangs an einen harmlosen Raucherhusten oder Infekt. Deswegen ist es sehr wichtig, dass die Entzündung rechtzeitig erkannt wird, damit sie entsprechend zurückgedrängt werden kann. Bevor dann die Bronchien vollständig zerstört sind und im Endstadium keine Luft mehr in die Lunge transportieren können. Eine Therapie hilft Helma Matern, die Symptome wie Atemnot, Husten oder starken Auswurf zu kontrollieren. Sie kann durch Inhalieren und Atemübungen ihre Belastbarkeit erhöhen. Allerdings ist bei ihr die Krankheit weit fortgeschritten. Erfolge sind minimal. Die Lunge ist am Vormittag noch nicht bereit, die Arbeit zu übernehmen, die sie am Abend vorher durch Training, durch Laufen getan hat. Sie muss zuerst aktiviert werden durch Sauerstoff, durch Übungen, Atemübungen und Therabandübungen. Außerdem gibt es Medikamente und Hilfsmittel, die das Atmen erleichtern. Die Erkrankung erfordert eine strukturierte medikamentöse Therapie, die zum einen darauf setzt, diese starke Entzündung der Bronchien zu reduzieren. Das verhindert die sogenannten Exzerzervationen. Das sind schwere Lungenentfälle, vergleichbar mit Herzinfarkt. Da gibt es neue Wirkstoffe momentan, die sehr gut dazu geeignet sind, diese Entzündung der Bronchien so weit zu reduzieren, dass die Lungenanfälle, also die Exzerzervationen, nicht mehr so häufig auftreten. Aktiv gegen diese Krankheitsschübe vorbeugen ist lebensnotwendig. Denn sie können dazu führen, dass es Patienten anschließend langfristig schlechter geht. Helma Matern informiert sich im Internet, wie sie vorbeugen kann. Ihr Fazit? Nur durch gesunde Lebensführung und die richtige Therapie lässt sich die Krankheit verlangsamen.